Liebe Studentinnen und Studenten, ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Lehrvideos für den Blog Zivilprozessrecht im Examensvorbereitungsprogramm der Bucerius Law School. In diesem kleinen Film stelle ich das Konzept der Videoreihe vor. Wenn Sie bereits unsere Videos zum Arbeitsrecht gesehen haben, wird Ihnen einiges, aber nicht alles bekannt vorkommen. Inhaltlich geht es in dieser Reihe um das Zivilprozessuale Erkenntnisverfahren. Später kommt noch eine weitere Reihe zum Zwangsvollstreckungsverfahren hinzu. Die Videos sind so konzipiert, dass Sie sich dazu eignen, den aus Hamburger Perspektive relevanten Pflichtverstoff zu wiederholen, nachdem Sie sich ihn schon einmal in der Vorlesung, in den Kleingruppen und im Skript erarbeitet haben. Sie können die Videos natürlich ebenfalls dazu verwenden, einen Überblick über das Thema ZPO zu bekommen. Wir möchten Sie effizient auf die Klausuren und die Münchsprüfung vorbereiten. Eine echte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einzelnen Problemen können die Videos aber nicht leisten. Stattdessen kürzen wir bewusst ab, wenn Inhalte über das Examsniveau hinausgehen würden. Mehr wissen kann man aber natürlich immer. Insofern müssen Sie selbst entscheiden, an welchen Stellen Sie noch etwas nachlesen möchten. Gegenüber der Videoreihe Arbeitsrecht haben wir uns für die ZPO-Videos noch eine Ergänzung überlegt. Zunächst bleibt alles beim Alten. Wir werden die Videos in einer Reihenfolge veröffentlichen, die wir für didaktisch sinnvoll halten. Zusätzlich werden wir jedoch jedes Video in eine von drei Relevanzkategorien einteilen. In der roten Kategorie finden Sie die für das Examen relevantesten Inhalte, in der gelben Kategorie die normal relevanten und in der grünen die nicht ganz so relevanten Inhalte. Viele Inhalte in der gelben Kategorie sind unserer Einschätzung nach eher Stoff für die mündliche Prüfung als für die Klausuren. Wir haben uns für diesen Ansatz entschieden, weil die Zahl der ZPO-Videos diejenige der Arbeitsrechtsvideos deutlich übersteigt. Insgesamt gibt es 36 ZPO-Videos mit einer Gesamtlänge von knapp acht Stunden. Wenn nicht so viel Zeit investieren möchte, kann sich auf eine oder zwei der Kategorien beschränken. Gleichzeitig bleibt die didaktisch beste Reihenfolge erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir mit unserer Einteilung keinerlei Inhalte für irrelevant erklären wollen. Wir möchten lediglich bei der Priorisierung helfen, wenn die Lernzeit knapp ist. Außerdem noch ein Hinweis für die Zukunft. Ab 2024 gilt in Hamburg eine neue Prüfungsgegenstelleverordnung, die für den Bereich ZPO leichte Änderungen vorsieht. Wir werden die Relevanzkategorien dann anpassen. Wir haben uns vorgenommen, die Videos auf diesem Kanal im Wochenrhythmus zu veröffentlichen. Wenn alles gut geht, halten wir mit dem Produktionstempo Schritt. Ein gewisser Puffer ist aufgebaut, drücken Sie uns also bitte die Daumen. Wenn Sie die Videos über die Plattform PlayPosit anschauen, kommt es immer wieder zu automatischen Unterbrechungen, in denen Sie eine Norm lesen oder über eine Frage nachdenken sollen. Die kleinen Pausen sollen ein aktives Wiederholen ermöglichen. Deshalb möchte ich Ihnen kurz erklären, wie wir organisatorisch mit PlayPosit umgehen. Alle Studentinnen und Studenten der Bucerius Law School erhalten die Informationen zum Zugriff auf die Lernvideos bei PlayPosit per E-Mail. Sie können dann mit Ihrem Office 365 Login einen Account erstellen und mit den Videos arbeiten. Dadurch können wir sehen, wie Sie auf Fragen antworten und wie lange Sie brauchen, um das Video zu verarbeiten. Einerseits können wir so sehen, wo in der Präsenzveranstaltung noch Klärungsbedarf besteht. Andererseits ermöglichen Sie uns, die Videos für die nächsten Jahrgänge zu verbessern. Es sind dann rein theoretisch auch Rückschlüsse auf Ihre Person möglich. Wir versichern Ihnen aber, dass wir Ihnen und Ihren Antworten nicht hinterher spionieren werden. Wenn Sie uns bei der Verbesserung der Videos helfen, aber Ihren Klarnamen nicht angeben wollen, können Sie sich bei PlayPosit auch unter einem Pseudonym einen Account erstellen. Falls Sie auch das nicht möchten, was wir sehr schade fänden, oder wenn Sie gar nicht an der Bucerius Law School studieren, in diesem Fall ganz herzlich willkommen, toll, dass Sie dabei sind, finden Sie in unserer YouTube-Playlist unter dem eingeblendeten Link alle Videos der Reihe. Jeweils im Beschreibungstext gibt es dann einen PlayPosit-Link, unter dem Sie alle Funktionen von PlayPosit nutzen können, aber keine Interaktionsdaten an uns übermittelt werden. Sollten Sie inhaltliche Fehler oder Ungenauigkeiten entdecken, Verbesserungsvorschläge haben oder sonst Lob oder Kritik loswerden wollen, schreiben Sie mir bitte gerne eine E-Mail an matthias.jacobs at law-school.de, dann können wir die Videoreihe für die nächsten Jahrgänge verbessern. Noch ein Hinweis zur Höflichkeit. Meine Mitarbeiterin Charlotte Schindler, mein Mitarbeiter Moritz Nickel und ich selbst werden jeweils in einem Drittel der Videos Sprecherin bzw. Sprecher sein. Als wissenschaftliche MitarbeiterInnen werden Charlotte und Moritz Sie in alter Law School Tradition duzen. Ich werde sie natürlich siezen. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. An dieser Stelle möchte ich dann schließlich noch ein erneutes, riesengroßes Dankeschön an Moritz loswerden. Wie schon die Arbeitsrechtsvideos wären auch die ZBO-Videos ohne ihn nicht das geworden, was sie sind. Moritz hat auch ihre Produktion vom Anfang bis zum Ende durchgehend mit seiner wirklich positiv zupackenden Art ganz entscheidend geprägt und vorangetrieben. Von der Konzeption der Reihe und vom Schreiben der Skripte, über das Sich-Kümmern um alle Fragen, die unterwegs auftauchen, bis hin zur Aufnahme der Videos. Ein ganz dickes Dankeschön möchte ich daneben auch an Karl Koste, Laura Dinse, Jannik Matern und Sven Störmann vom Learning Innovation Lab der Bucerius Law School für ihre wirklich großartige Arbeit bei der Aufnahme und der Produktion der Videos, sowie an Janusz Krasberg fürs kritische Korrekturlesen der Skripte loswerden. Mit einem solchen Dream-Team, das immer gute Laune hat, stets neue Ideen aus dem Hut zaubert und Probleme aller Art, und davon gibt es bei einer Videoproduktion wirklich jede Menge, aus dem Weg räumt, macht es wirklich riesigen Spaß zusammenzuarbeiten. Vielen Dank! Der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius und der Bucerius Law School sagen wir natürlich ebenfalls herzlichen Dank für die großzügige finanzielle Unterstützung bei der Realisierung der Videoreihe. Das war's mit dieser kurzen Einführung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den ZPO-Videos und vor allem natürlich viel Erfolg und das nötige Quäntchen Glück im Examen. Vielen Dank für den ZPO-Videos und der Buceriusz. Vielen Dank.